Auswählen kann ich zwischen den Techniken nur, indem ich ein anderes Modell wähle. Denn unsere Ingenieure haben natürlich sehr sorgfältig betrachtet, was in welchem Motor auch Sinn macht. Und das Ziel war, innerhalb der Motorentechnik Benzin und Diesel sowohl die Schadstoffemission als auch den Kraftstoffverbrauch zu senken und dabei die Leistung anzuheben. Das heißt, es ist genau passend für das jeweilige Modell die richtige Technik ausgewählt worden. Also springen innerhalb der Technik kann ich nur, indem ich ein anderes Modell wähle.